Hallo, ich bin Peter Thorwald, der Regisseur von Nicht mein Tag. Und ich bin Christian Detail, der Regisseur von Forscherkrokodile. Und ich bin Dennis Gansel, der Regisseur von Napola. Und wir sind alle... Movie Maniacs! Achso, Movie Maniacs. Ich habe meinen Einsatz verpasst. Aber wir lieben Filme und haben Filme zu unserem Beruf gemacht. Und wenn ihr ein Teil von unserer Aktion sein wollt, dann passt jetzt gut auf, denn wir suchen euch. Meine Ideen entstehen oft aus ganz alltäglichen Situationen. Habe ich oft erlebt. Jeder hat solche Geschichten. Was Neues, Was Besonderes. Was, was dich nach vorne gebracht hat. Ja, mit dir im Auto. Das war so ein geiler Dreh, den werde ich so schnell nicht vergessen. Die eigene Geschichte auf der Leinwand zu sehen, ist Hammer. Und was ist deine Geschichte? Erzähl sie uns. Wir und O2 wollen deine Idee auf die große Leinwand bringen. Poste dein persönliches Erlebnis als Text, Foto oder Video mit Hashtag YouCanDo, Hashtag Biopic. Das wird super. Wir wollen deine Geschichte drehen. Deine Geschichte sehen. Mach's einfach. Hey, das wird geil. You can do Biopic. Wir verfilmen deine Story. Zusammen mit Top-Regisseuren des deutschen Films und Red Pack. Teile jetzt deine Geschichten auf o2.de Biopic. Jetzt ist dieále. Ich mache das Bild. Ich habe das Bild. Ich habe das Bild. Vielen Dank.